Ich zeige Ihnen die neue Lightspeed von Motorworks Lampson. Wie der Name sagt, sie ist sehr leicht. Ein wunderschönes Design mit einer blauen Bremskassette und wie jede Motorworks Lampson sehr einfach gehalten und gering in der Anzahl Teile. Zum Beispiel das Gegengewicht hier zur Kurbel ist im Design eingebaut, damit man nicht mehr Teile verwenden muss. Die Spule ist mit einer Kurve unten, damit man mehr Platz erhält für das Backing, sodass Sie auch für den ganz grossen Fisch genügend Backing aufspulen können und ihn nicht verlieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017